Donald Trump, US-Präsident, will den Iran-Deal am Tag kündigen. Danach wollten wir vom Schweizer Aussenminister wissen, was das heisst. Und das Verdikt ist einigermassen klar, das ist gar nicht gut. Als wir aber Inacio Cassis gefragt haben, was er denn eigentlich halte von der geopolitischen Strategie von Donald Trump, hätte er kurz überlegen, damit er nichts undiplomatisches Falsches sagt. Hui, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es hat Kommentatoren aus der ganzen Schweiz, die jeden Tag versuchen, ihn zu verstehen, was er wirklich will. Ich glaube, ich verzichte darauf, einen Kommentat zu machen. Wir haben gespürt, es geht in diese Richtung. Er hat es gestern Abend entschieden. Wie weit wird dieser Entscheid dauern? Wissen Sie nicht, vielleicht ändert er die Meinung in drei Wochen. Das ist Präsident Trump. Wir sind gewohnt, dass ziemlich diese kurzen Entscheide gemacht werden. Aber selbstverständlich, die USA ist eine Weltmacht, militärische, wirtschaftliche und so weiter. Und jeder Entscheide dieser Weltmacht lässt die ganze Welt natürlich in eine unsichere Situation. Das war jetzt doch ziemlich direkt und nicht sonderlich diplomatisch. Aber apropos Diplomatie, wie lange würde es dann dauern, um einen neuen Deal aushandeln? Das können wir einfach nicht wissen. Bei Donald Trump, sagt Inyazio Cassis. Das kann Monate, das kann Jahre dauern, das kann auch schnell gehen. Das ist eben die Unvorsehbarkeit dieses Präsidenten. Er kann plötzlich, das haben wir mit Nordkorea gesehen, plötzlich kommt es auf 180 Grad. Zuerst einmal das Spiel, wer hat das grösste rote Knopf? Und dann treffen wir uns für ein Denuklearisationsabkommen. Wer weiss, nur Geschichte wird beurteilen können, ob Trump erfolgreich ist mit seinem Kurs. Warum sich Inyazio Cassis grosse Sorgen macht, was die Gefahren sind für die Welt und was die Schweiz für eine Rolle spielen könnte bei der Neuaushandlung oder wenigstens bei der Friedensstiftung und inzwischen, bis ein neuer Vertrag ausgehandelt ist, unten im ganzen Interview mit Inyazio Cassis.